Jeden Mai komme ich an diesen Ort. 50 Mal war ich schon hier, aber einfacher ist es bis heute nicht geworden. Ich habe ein glückliches, erfülltes Leben gelebt. Meine Kinder heranwachsen sehen, die nun selber Kinder haben. Jeden Mai komme ich an diesen Ort. Und jedes Mal für ein paar Stunden lasse ich meinen Alltag hinter mir. Wir sind einfach nicht genug Leute! Das ist ein ganzes Bataillon! Wir haben geschossen! Das ist ein ganzes Bataillon! Das ist ein ganzes Bataillon, der sich auf dem Weg macht. Nicht! Nicht! Scheiße! Friedrich! Friedrich! Wir haben keinen Arzt! Friedrich, Mann! Das kann nichts für dich tun! Uwe, das muss nicht mehr sehen! Wir müssen hier raus! Wir müssen hier am Tag arbeiten! Wo immer! Wir müssen hier vor uns! Los! Los! Wett! Wett! Hoch! Los! Mach's kurz, los! Entehl uns! Hey! Come on! Untertitelung des ZDF, 2020 UNTERTITELUNG 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 I'm heading from you! Shhh! It's ok It's ok I have a water What's that? Ok HALT Los, weg da! Please don't shoot. I'm a medic. Medic? Ist mir egal. Nein, nein. Bitte, nie schießen. Ruhe, Soldat! Nur weil er dir hilft, soll ich ihn nicht erschießen? Es ist immer noch der Feind! Ich wäre sonst gestorben. Ist mir egal. Es ist sowieso alles vorbei. Nein! Du bist eine Schande für's Vaterland! Ich bin nicht so genau. Was zum Stiefel. Und wenn ich für andere Brücher muss? ив Einsteig. onymous-Bappen. Keins pasar аlegt,cken. Friedrich, sind Sie all right? Man sagt, der Krieg bringt das Schlimmste und Beste in uns hervor. Ich habe beides erlebt und gesehen, wie das Gute triumphiert. Der Krieg bringt das Schlimmste und Beste in uns hervor. Der Krieg bringt das Schlimmste und Beste in uns hervor. Der Krieg bringt das Schlimmste und Beste in uns hervor. 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 Das Schlimmste und Beste in uns hervor.